Neil. Wir sind uns alle einig. Wir wollen Sie als Kommandanten. Sie fliegen zum Mond. Der erste Mensch auf dem Mond. Das wird ein Ding. Bist du sicher? Es wird ein Abenteuer. Mom, was ist los? Nichts, Schatz. Dein Dad fliegt zum Mond. Unser Job ist extrem schwierig. Er erfordert so unglaublich viele technologische Neuentwicklungen, dass wir bei Null anfangen müssen. Das ist ja ein fettes Gerät. Das Ding geht hoch wie eine Atombombe, wenn es explodiert. Neil, es gab ein Problem. Die Rakete ist nicht sicher. Hat Ihr Mann überlebt? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, Neil. Sie brennen vor Ende! Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Sie sind tot, Neil. Wir müssen unsere Fehler auf der Erde machen, nicht da oben. Und der Preis? Ist jetzt ein bisschen spät für die Frage. Finden Sie nichts, Herr? Neil? Es könnte durchaus sein, dass die Jungs dich nie wiedersehen. Hört jemand mal ein Schweizer Armeemesser? Ein Schweizer Armeemesser? Soll das ein Witz sein? Kommst du auch bestimmt wieder? Wir haben die feste Absicht, wiederzukommen. Vielleicht schafft ihr es nicht. Viel Glück. Zehn, neun, Zündungserkehrs eingehört. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start! Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben das unter Kontrolle. Ihr habt nichts unter Kontrolle! Was ist los, Neil? Wir haben das Ende nicht. preserve unsere Witzungen. Von euch ist es grenzwert. Die Witzungen aus Anchorage, wo es eine Order gab.